Gestern bin ich darauf gestoßen, dass Ricarda Lang nun offiziell ihre Bewerbung als Parteivorsitzende bei den Grünen eingereicht hat. Das zum Anlass genommen habe ich mir ein etwas älteres Video von Sarah Bosetti noch einmal vorgenommen, welches ich schon zum dabeiigen Zeitpunkt eigentlich bearbeiten wollte. Darin geht es um Ricarda Lang. Nun ist es wieder passiert. Eine Frau will was. Ricarda Lang will Parteivorsitzende der Grünen werden und Twitter explodiert. Es ist halt immer schwierig, wenn eine Frau etwas will. Frauen dürfen ja schon genug in diesem Land wählen, sich scheiden lassen, Auto fahren. Was sie nicht dürfen ist, etwas wollen. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti Will Reden. Für eine Frau in ihrer Position, die für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet und dafür garantiert ausreichend entlohnt wird, unter anderem von meinen 18,36 Euro jeden Monat. Und auf der anderen Seite, wenn man sich die Persona Ricarda Lang, zu der ich gleich noch ein bisschen detaillierter etwas sagen werde, vor Augen führt, dann die Tatsache, dass wir nun 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin hatten, nun die dritte Verteidigungsministerin in Folge. Die Liste mit Frauen, die, wenn wir uns nur die politische Ebene anschauen, durchaus erfolgreich in den letzten Jahren und Jahrzehnten waren, ist durchaus lang. Nun, die These aufzustellen, Frauen dürften in unserer Gesellschaft nicht mal mehr etwas wollen, finde ich schon echt ziemlich stark. Mich würde tatsächlich interessieren, woher sie diese Behauptung nimmt. Ich habe, ich verfolge Politik schon etwas länger und habe mich auch mit vielen Debatten, Themen, Vorträgen auseinandergesetzt. Und diese Behauptung ist mir tatsächlich noch nie untergekommen. Frauen dürfen nichts wollen, schon gar nichts, das über den Durchschnitt hinausgeht. Denn wer etwas will, stellt damit die Behauptung in den Raum. Dieses Etwas stünde ihm oder ihr zumindest potenziell zu. Das klingt durchaus immer irgendwie ein bisschen philosophisch und auch recht eloquent formuliert von Frau Bosetti. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass ich auch etwas wollen kann, ohne vorauszusetzen, dass mir das auch potenziell zusteht. Zum Beispiel kann ich wollen, dass meine 18,36 Euro im Monat nicht ihr in den Hals geschmissen werden. Steht es mir tatsächlich zu? Möglicherweise, ich weiß es nicht genau. Ich möchte nur, worauf ich damit hinaus möchte, ist, dass die Behauptung, was irgendwie tiefgründig, philosophisch klingt, oftmals einfach nur eine Aneinanderreihung von wirklich, wirklich leeren Worthülsen ist. Allerdings glaube ich auch, dass ihre Zuschauerschaft das oftmals gar nicht hinterfragt und eben dieses bloße, gesprochene Wort aufnimmt und aufsaugt wie ein Schwamm und dann eben das, was sie damit halt ausdrücken möchte, ohne das zu hinterfragen, was sie tatsächlich sagt, einfach übernehmen. Das ist traurig. Und Frauen steht nichts zu. Frauen werden Dinge gnädigerweise zugestanden. Und zwar reichlich. Mit Verlaub, das ist Bullshit. Ich weiß, worauf sie damit hinaus möchte mit nur eine. Das ist eine unter Millionen. Das wird wahrscheinlich nie wieder vorkommen oder nur ganz selten. Und auch dann ist das nur möglicherweise eine weitere Ausnahme dafür. Grundsätzlich kann immer nur eine Person Bundeskanzler werden, Sarah. Sowohl ein Mann als auch eine Frau. Aber gleichzeitig tatsächlich immer nur einer. Und das ist jetzt auch wieder vorbei. Außerdem ist Frau Merkel wohl für kaum etwas so stark kritisiert worden wie für zwei Dinge. Erstens im Angesicht einer humanitären Katastrophe Menschlichkeit gezeigt zu haben. So sind sie halt, die Frauen, zu emotional für die Politik. Auch diese Behauptung, möglicherweise hat sie dafür auch irgendeine Form von Erfahrung gemacht oder irgendwo was aufgeschnappt von jemandem, der Angela Merkel vorgeworfen hat, sie sei zu weich, sie sei zu emotional für die Politik und habe aufgrund dessen ihre Entscheidung getroffen. Meiner Meinung nach sieht das tatsächlich deutlich anders aus. Und ich glaube, dass ihr selten, wenn nicht sogar niemals, irgendwelche Eigenschaften vorgeworfen wurden, die man tendenziell eher Frauen in der Gesellschaft zu sprechen würde. Eben solche Dinge wie sie sei zu emotional für diesen Job. Es wird viele Gründe gegeben haben, warum sie diese Entscheidung damals so getroffen hat. Und es gibt vielerlei Gründe, gute Gründe, sie für diese Entscheidung zu kritisieren. Dass es eine emotionale Entscheidung gewesen sein könnte, gehört allerdings nicht dazu. Und zweitens, einmal ein Kleid mit Ausschnitt getragen zu haben, was vielen wirklich sehr unangenehm war, weil ihnen dadurch in Erinnerung gerufen wurde, dass Frau Merkel kein Mann ist. Ich weiß wirklich nicht, aus welchem Wandschrank du dir all diese Strohmänner gerade gleichzeitig rausholst, aber der muss ziemlich groß sein dafür. Ich habe das damals auch nur so beiläufig mitbekommen mit diesem Bild und habe es jetzt mal kurz recherchiert und dieses Bild eben rausgesucht. Auch das ist eine Debatte, die man ganz eigenständig, unabhängig von Ricarda Lang oder der Flüchtlingskrise oder ihrer generellen Politik führen könnte. Da kann man sich Fragen stellen wie, wie möchte ich, dass ein Staatsoberhaupt, dass ein gewähltes Staatsoberhaupt in Deutschland, in anderen Ländern grundsätzlich in der Öffentlichkeit auftritt. Ob jetzt Dinge wie ein besonders großer Ausschnitt, vielleicht auch mal ein knapper Minirock oder, ich weiß es nicht, keine Unterwäsche zu tragen. Da gibt es ja viele Dinge, die darunter fallen können, die auch besonders Weiblichkeit betonen, Äußerlichkeiten. Aber ist das tatsächlich wichtig? Muss man sich regelmäßig vor Augen führen, dass Angela Merkel eine Frau ist? Dass sie, obwohl sie vielleicht eine Frau ist, Bundeskanzlerin ist, oder ist es nicht wichtiger, sie tatsächlich nach dem zu bemessen, wie sie ihre politische Arbeit macht, welche Entscheidungen sie trifft, wie sie dieses Land in den letzten 16 Jahren mit ihrer Partei regiert hat? Sollte man sie nicht daran messen? Und das wird meiner Meinung nach gemacht. Wenn ich sie kritisiere für Dinge, die sie in der Vergangenheit getan hat, für Entscheidungen, die sie getroffen hat, dann ist nichts so irrelevant wie ihr Geschlecht. Ein Umstand, den sie zuvor mit aller Kraft zu verdrängen versucht hatten. Die letzte Frau, die sehr öffentlichkeitswirksam etwas wollte, war Annalena Baerbock. Frau Busetti ist nun scheinbar auch in der Position zu entscheiden oder zu beurteilen, zu bewerten, welche Frau tatsächlich öffentlichkeitswirksam in Deutschland etwas wollte. Mir fallen da ad hoc 20, 30, 40 Gegenbeispiele ein von anderen populären Frauen, die nun auch in der Politik sitzen, meiner Meinung nach völlig ungerechtfertigt. Aber so funktioniert eben unsere Demokratie und so funktionieren die Wahlen. Das kann ich persönlich schlecht finden. Ich kann auch dich persönlich für nicht geeignet, für deine Position finden oder für ungeeignet von meinem Rundfunkbeitrag bezahlt zu werden. Aber so funktioniert nun mal Demokratie. Und ich glaube, du tust all den Frauen, die sich wirklich den Arsch aufreißen, dafür auch öffentlichkeitswirksam, vor allem irgendwie in der Politik anzukommen, mit dem, was du ihr sagst, kein Gefallen. Zu allem Überfluss wollte sie ausgerechnet die zweite Frau sein, die Bundeskanzlerin wird. Dabei hatten wir doch schon mal eine. Wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Vermutlich findet Frau Baerbock hier und da immer noch ein paar abgebrochene Schnabelspitzen der Geier, die sie monatelang belagert haben. Und muss sie sich aus der Kopfhaut rupfen. Ich glaube, dass es für Sarah tatsächlich eine große Überraschung sein wird, wenn sie sich einmal mit den Kritiken zu Annalena Baerbock inhaltlich auseinandersetzen würde. Denn abgesehen vom Geschlecht, auf welches du Annalena Baerbock hier weiterhin reduzierst, hat sich die Kritik nicht darauf beschränkt oder bezogen. Im Gegenteil, es ging um Qualifikation, Leistung, um ihre Befähigung für dieses Amt. Um Dinge, die sie getan hat in der Vergangenheit. Oder Dinge, die sie eben nicht getan hat. Qualifikation, die sie nicht vorweisen kann. Dann die Geschichte mit ihrem Buch, abgeschrieben vom eigenen Parteikollegen. Das hatte nichts mit ihrem Geschlecht zu tun. Irrelevant, Sarah. Völlig irrelevant. Und auch, dass Kanzlerkandidaten genauer begutachtet oder genauer unter die Lupe genommen werden, dass die Presse da bei manchen Dingen nochmal, nochmal deutlich intensiver nachhorcht. Auch das ist absolut gängig und war bei jedem anderen Kanzlerkandidaten in der Vergangenheit auch der Fall. Da gab es einen schönen Auftritt von der Ehefrau von Per Steinbrück, die darüber gesprochen hat, was die Familie, was ihr Mann, was sie zusammen aufgegeben haben, zu dem Zeitpunkt, als er beschlossen hat, als Kanzler zu kandidieren. Sie hat es so schlimm beschrieben, dass man sich das nicht vorstellen kann, das, was damit einhergeht, dass man von einem gewöhnlichen Politiker nun plötzlich so dermaßen in der Öffentlichkeit steht und alles, völlig egal, was man jemals in der Vergangenheit gemacht hat, was die Familie betrifft, was irgendwelche Affären betrifft, es spielt keine Rolle, alles wird bis ins kleinste Detail durchgenommen. Immer. Bei jedem Kandidaten. Und wenn man was findet, dann freut sich natürlich die Presse, dann freuen sich Kritiker, Gegner, aber bestimmt nicht wegen ihrem Geschlecht. Aber hey, immerhin eines ist Annalena Baerbock, nicht dick. Dieses Zugeständnis machst du, das spricht dann scheinbar für dich. Annalena Baerbock ist nicht dick. Für diejenigen, die jetzt versuchen, mir das irgendwie im Wort oder im Mund umzudrehen, natürlich weiß ich, dass sie sie nicht ernsthaft dafür kritisiert, aber sich nur auf das Äußere, nur auf ihr Gewicht zu beschränken, als sei das tatsächlich die einzige Kritik, die ihr entgegengebracht würde, da finde ich gar keine Worte für. Das ist abartig. Das ist die größte Realitätsverweigerung. Es gibt dicke Frauen, es gibt auch dicke Männer und es gibt Menschen, die dicke Leute nicht attraktiv finden. Dank unseres aktuellen Schönheitsideals sind das sogar viele Menschen. Einige Menschen sind ungesund dick, andere gelten als dick, einfach weil sie nicht zu dünn sind. Schlimm genug könnte man sich darüber aufregen, aber dazu kommt man ja gar nicht, denn man verbraucht sein Aufregungspotenzial schon dafür, dass korpulenten Frauen, nicht selten im Gegensatz zu korpulenten Männern übrigens, nicht nur das Recht aufs Wollen abgesprochen wird, sondern das Recht aufs Können und im schlimmsten Fall das Recht aufs Sein. Ich persönlich, ich spreche jetzt nur für mich, finde dicke Frauen nicht unattraktiv, weil sie nicht dem gepredigten Schönheitsideal entsprechen, sondern weil ich auch in einem Gesundheitsberuf arbeite und weiß, welche negativen, schwerwiegenden Folgen ein starkes Übergewicht haben kann. Und auch an dieser Stelle, Sarah, bist du hier die Einzige, die korpulenten, dicken, übergewichtigen Frauen irgendwelche besonderen Fähigkeiten abspricht. Naja, abgesehen von der Fähigkeit, sich gesund zu ernähren und regelmäßig Sport zu treiben, aber darum geht es natürlich nicht. Auch die Behauptung, dass Männern, dass dicken Männern deutlich mehr zugetraut wird, im Gegensatz zu dicken Frauen, ich weiß nicht, wo du das herholst, ich weiß es nicht, dass Frauen im Gegensatz zu dicken Männern im schlimmsten Fall sogar das Sein, das heißt, die bloße Existenz abgesprochen wird. Ich glaube tatsächlich, dass nicht mal du dir diesen Gedanken selber glaubst, aber ich vermute, es hat einfach schön in die Aneinanderreihung von weiteren Worthülsen, von inhaltslosen Worthülsen gepasst, um das Ganze noch zu steigern und auf die Spitze zu treiben. Nicht nur das Können wird ihnen abgesprochen, sondern das Sein, ihre Existenz an sich. Wirklich, Sarah, wirklich? Ricarda Lang will Parteivorsitzende der Grünen werden. Ricarda Lang ist eine korpulente Frau. Letzteres würde ich nicht erwähnen, wenn es nicht gerade in den sozialen Netzwerken tausendfach als Hauptargument gegen sie verwendet werden würde. Nicht zum ersten Mal übrigens. Und wenn ich das Argument nicht so lustig fände, also abgesehen davon, wie beleidigend es gemeint ist, ich hoffe wirklich, dass sie damit umgehen kann, aber den Satz, du bist dick, als politisches Argument anzuführen, ist schon eine rhetorische Meisterleistung von ihren politischen Gegnern zum Beispiel. Ich weiß zu wenig über Ricarda Lang, um beurteilen zu können, ob und wie man sie politisch kritisieren kann. Aber Leute, da muss es doch was geben. Tja, sehr gute Frage, Sarah. Wofür kann man Ricarda Lang tatsächlich kritisieren? Nun, du hättest dich mit ihr als Person tatsächlich mal beschäftigen können oder mit ihrer Politik, ihrer Vergangenheit, aber wofür auch? Dann könnte man dir ja noch irgendwas vorwerfen. Unkenntnis. Du sprichst es einfach ganz offen an. Du hast dich damit nicht befasst. Du hast keine Ahnung. Aber da muss es doch irgendwas geben. Muss es das wirklich, Sarah? Wenn Menschen wie Olaf Scholz zum Kanzler gewählt werden, von einem nicht überwältigenden Teil der Bevölkerung, aber da gibt es viel Inhaltliches tatsächlich zu kritisieren. Dinge, die er gemacht hat, Positionen, für die er gestanden hat, Fehlentscheidungen, die er getroffen hat, Entscheidungen, die er überhaupt nicht getroffen hat, das Missmanagement, Cum-Ex, Wirecard, die List ist wirklich lang, wirklich lang. Was haben wir bei Ricarda Lang? Die ist bei den Grünen so ziemlich überall Mitglied geworden, wo man auch nur irgendwie Mitglied werden kann. Wir haben die Sprecherin der Grünen Jugend, Sprecherin des Bundesverbandes Campus Grün, was auch immer das ist, Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses des Berliner Kreisverbandes Friedrichshain-Kreuzberg, stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Brecherin im Bundesvorstand der Grünen. Sie hat erfolglos bei der Europawahl im Jahr 2019 auf Listenplatz 25 kandidiert. Nun ist sie auf Listenplatz 10 tatsächlich in den 20. Deutschen Bundestag eingezogen und das auch zu deiner Verwunderung, Sarah, obwohl sie dick ist. Du hast ihr das nicht zugetraut, denn die einzige Öffentlichkeitswirksame oder Frau, die Öffentlichkeitswirksame das wollte, war ja Annalena Baerbock, aber irgendwie hat sich Ricarda da so durchgemogelt, wie auch immer sie das gemacht hat, aber es hat geklappt. Sie ist nun auch die erste offiziell bekennende bisexuelle Abgeordnete. Ich würde klatschen, aber ich mache es nicht. Neben zahlreichen homosexuellen Abgeordneten und zwei transsexuellen Abgeordneten ist das schon eine enorme Leistung, die man betonen kann. Sarah, wofür kann man Ricarda Lang kritisieren? Wofür? Du siehst scheinbar nur ihr Gewicht. Ich meine, das ist nicht zu übersehen, aber kann man sie für ihr abgebrochenes Studium kritisieren? Acht Jahre lang? Kein Abschluss erreicht? Eine Möglichkeit. Kann man sie für ihre mangelnde Disziplin oder möglicherweise den Vorwurf, kein geordnetes Leben zu führen, kritisieren? Wäre auch möglich. Faulheit oder fehlende Ordnung? Hieß ich nun Joe Biden, würde ich vorlesen. Ihr kleiner Video-Einspieler. Aber lassen wir das. Geizig würde ich nicht sagen. Sparsam, aber durchaus auch mit dem Blick für Investitionen und die Zukunft. Fleißig? Ordentlich? Fleißig, ja. Ordentlich würde ich jetzt für mich selbst lügen. Sorgfältig? Im Durchschnitt, ja. Sie sind nicht ordentlich? Ich bin überhaupt nicht ordentlich. Woran zeigt sich das? In meinem Zimmer, das man hier zum Glück nicht sehen kann. Okay, können wir leider nicht sehen. Sogar dem einfachsten aller Geister kann doch der Gedanke unmöglich logisch erscheinen. Es gäbe einen Zusammenhang zwischen Körperform und politischen Fähigkeiten. Ich möchte mich wirklich ungern bei all den Andi-Scheuer-Witzereißerinnen einreihen, aber lasst mich zumindest kurz auf seine ausgesprochen athletische Figur hinweisen. Ich weiß nicht, ob Riccarda Lang etwas kann. Es ist mir auch egal. Ich bin nicht bei den Grünen. Die sollen wählen, wenn immer sie wollen. Nun geht es natürlich in erster Linie um die Geschichte mit dem Bundesvorstand, der tatsächlich von den Grünen gewählt wird. Wenn wir das aber versuchen, so ein bisschen davon abzugrenzen und wir ihre Wahl grundsätzlich als Abgeordnete betrachten, ist es mir tatsächlich nicht egal. Sie sitzt nun als offen bekennende Bisexuelle, mag was Besonderes in ihren Augen sein, adipöse, kinderlose, junge Frau im 20. Deutschen Bundestag. Unter anderem als ordentliches Mitglied im Familienausschuss. Familienausschuss. Und wird von meinem Steuergeld bezahlt. Gerne, Riccarda, gern geschehen. Denn ich glaube, mit dem, was du bisher in deinem Leben erreicht hast, ohne irgendeine Form eines Abschlusses, dass du von einem Beruf, in dem du monatlich mehr als 10.000 Euro verdienst, sehr weit entfernt wärst, ungefähr so weit entfernt, wie Sarah Bosetti von einem inhaltsvollen Videobeitrag. Aber wenn ihr Äußeres, euer einziges Argument gegen sie ist, muss sie ja geradezu genial sein. Da tut es fast schon gut, wenn jemand ihre Kompetenz anzweifelt, weil sie kein abgeschlossenes Studium hat. Wobei ich auch nicht sicher bin, ob ein akademischer Grad das geeignete Kriterium für die Beurteilung von politischer Geistesschärfe ist. Ich finde es witzig, dass du diesen Begriff von politischer Geistesschärfe nimmst. Das ist ungefähr so abwegig und irrational wie der Begriff politisches Talent. Natürlich lässt sich Geistesschärfe nicht in irgendeiner Form messen. Qualifikation, Eignung, Leistung, Befähigung, das lässt sich in irgendeiner Form messbar darstellen. Zum Beispiel mit einem akademischen Grad. Als Beispiel. Kein Abschluss in etwas zu erlangen, nach über 8 Jahren, ich denke, ihr wisst alle, wie lange die Regelstudienzeit für den Bachelor ist, deutet darauf hin, dass diese Person möglicherweise nichts, außer ein wenig politischer Geistesschärfe vorzuweisen hat, die ich mir definitiv auch zuschreiben würde. Ich möchte mich wirklich ungern bei all den Hans-Georg-Maaßen-Witzereißerinnen einreihen, aber lasst mich zumindest kurz darauf hinweisen, dass er nicht nur sein Studium abgeschlossen, sondern sogar promoviert hat. Natürlich muss auch hier noch auf den ideologisch-politischen Gegner geschossen werden und diese Fantasiefähigkeit und diese Fantasiefähigkeit einer Geistesschärfe kann natürlich ein Hans-Georg-Maaßen niemals besitzen. Danke, danke, erhellend, Sarah, erhellend. Und dann sagen Leute, eine dicke Frau kann keine Partei führen, die hat ja nicht mal ihr eigenes Leben unter Kontrolle. Geizig würde ich nicht sagen, sparsam, aber durchaus auch mit dem Blick für Investitionen und die Zukunft. fleißig, ordentlich? Fleißig, ja, ordentlich würde ich jetzt für mich selbst lügen. Sorgfältig? Im Durchschnitt ja. Sie sind nicht ordentlich? Ich bin überhaupt nicht ordentlich. Woran zeigt sich das? In meinem Zimmer, das man hier zum Glück nicht sehen kann. Okay, können wir leider nicht sehen. Und natürlich hat sie ihr Leben nicht unter Kontrolle. Genauso wenig wie ihr. Niemand hat sein Leben unter Kontrolle. Niemand kennt den Kampf seines Gegenübers. Und ja, ich benutze das Wort Kampf nur, damit ihr sagen könnt, ich würde Nazi-Sprache benutzen und sei sowieso schlimmer als Hitler. Ich hoffe, das war dann der letzte Stromer, der in deinem Bandschrank auf uns gewartet hat. Sarah, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dabei war und in den Kommentaren, ich bin selber nicht darauf gestoßen, aber die gängige Kritik war nicht, dass du schlimmer als Hitler seist. Was man auf gar keinen Fall vergessen darf, ist, dass du dich mit deiner Blinddarm-Analogie der Sprache bemächtigt hast, die bereits ein SS-Arzt genutzt hat. Das sollte auf gar keinen Fall in Vergessenheit geraten, zumal deine Entschuldigung ja, wie ich bereits aufgeführt habe, bei weitem keine war. Und es ist auch völlig egal, wie oft du das versuchen wirst, in Zukunft zu relativieren, solange du dich nicht ehrlich dafür entschuldigst. Und vermutlich werdet ihr das sogar tun, weil ihr euer Leben nicht unter Kontrolle habt, auch wenn ihr dreimal die Woche ins Fitnessstudio rennt und weil ihr findet, dass Frauen nichts wollen dürfen. Wer findet das, ich bin höchstwahrscheinlich der politische Gegner, dem du auch eine politische Geistesschärfe absprechen würdest. Ich unterstelle niemals irgendwem schon gar nicht einer Frau, nur weil sie eine Frau ist, dass sie politisch nichts wollen darf. Und ich würde gerne die Stimmen hören von denen, die es tun. Denn ich glaube, die gibt's in deinem Wandschrank. Nur in deinem Wandschrank. Aber ich will etwas. Nicht, dass ihr euren Frauenhass ablegt. Ich will ja nicht unrealistisch sein. Aber ich will, dass ihr euch wenigstens bessere Argumente überlegt. Das ist tatsächlich ein gutes Schlusswort, was auch thematisch relativ gut passt, weil gerade unter dem letzten Video, welches ich über Sarah Busetti gemacht habe, doch der eine oder die andere dabei war, die mit meinen Argumenten, mit meinen Ausführungen über sie nicht wirklich zufrieden gewesen sind. Ich habe gehofft, dass in irgendeiner Form mir ein Argument entgegengebracht wird, außer auf das von ihr Gesagte zu verweisen, welches ich ja kritisiert habe. Und ein Argument oder eine Sache mit sich selbst zu erklären, funktioniert in diesem Zusammenhang leider nicht. So funktioniert auch Dialog nicht. Wenn ich immer wieder nur auf das Ursprungsvideo oder den ursprünglichen Inhalt verweise, ohne auf das einzugehen, was das Gegenüber der Person vorgeworfen hat, dann entsteht kein Dialog. Und das ist auch kein Argument. Ja, aber Sarah hat das gesagt. Naja, aber das, was sie gesagt hat, war schlecht. Aber Sarah hat das gesagt. Ja, ich weiß. Ich habe es gesehen. Das noch dazu. Wie gesagt, gerne gute Argumente. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.